... sich von unten mit dem Wasser aufsaugen, dass das Wasser dann nach unten gedrückt wird und sie so trocken werden. Und das Ganze ist sehr viel günstiger, als wenn man jetzt herkömmliche Verfahren anwendet. Herkömmliche Verfahren sind ganzes Mauerwerk unten aufsägen, mit Halbplatten einstiegen und dann mit unheimlich viel Energie Mauer trocknen. Was auch nicht immer funktioniert und was er sich ja gut macht, ist, er bietet ein komplettes Paket an.